Veränderungen sind wichtig, um sich zu verbessern. Auch das E-Banking der Graubündner Kantonalbank entwickelt sich weiter. Freuen Sie sich! Jetzt wird alles noch einfacher, benutzerfreundlicher und schneller. Mit schneller, übersichtlicher Navigation. Die neue Suche hilft Ihnen, zum Beispiel Ihre Zahlungsempfänger, Pendente oder bereits ausgeführte Aufträge und Transaktionen schneller zu finden. Mit dem neuen Zahlungsassistenten erledigen Sie Ihre Zahlungen noch schneller. Das Einrichten eines Dauerauftrages ist nur ein Klick entfernt. Auch Börsentransaktionen lassen sich nun vereinfacht erstellen. Zudem wird die Entwicklung Ihrer Depotwerte übersichtlich dargestellt. Wie viel geben Sie eigentlich pro Monat für Lebensmittel aus? Der Finanzassistent kategorisiert automatisch alle Transaktionen ohne mühsame Handarbeit. Die Ausgaben werden übersichtlich in den einzelnen Kategorien dargestellt und Sie haben Ihr Budget ganz einfach im Griff. Übrigens, mit dem Mobile Banking haben Sie Ihre Bank immer in der Hosentasche. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem neuen E-Banking. Falls Sie Hilfe benötigen, so unterstützen wir Sie gerne mit unserem Support während unseren Öffnungszeiten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.